Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic. Ja, es sieht so aus wie immer, aber es ist nicht wie immer, denn wir sind in der nächsten Mission, oder nee, in der nächsten Kampagne. Und zwar glückliche Zeit, davor war es Tokio, Germany. Ähm, ja, als erstes schauen wir mal nach... Mission, wenn ich schon... Nein, wir schauen erst mal nach unserem U-Boot. Herr K9! Ähm, ich brauche ein technischer Verbesserung. Klar, was wünschen Sie? Den Besuchten haben wir ja schon. Deckgeschütz gibt's keinem, beides. Turmflag haben wir beides schon bessere. Sicher, was steht Ihnen denn vor? Klar, was wünschen Sie? Klar, was wünschen Sie? Tarnung! Ähm, ich habe mir bei Uplay zwei neue Tarnungen geholt. Oder auch nicht. Also eigentlich habe ich mir zwei neue Tarnungen geholt, aber ich weiß nicht. Ob die hier drin sind, ich meine nämlich nicht. Ähm, doch, doch. Die hier und die, äh, unregelmäßigen Karten, die unregelmäßigen Körner. Ich werde die beide mal ausprobieren. Erstmal hier die Gefleckte. Meiling bleibt der übliche. Ja, und das war's. Ja, Herr K9! Wir würden Ihre Damen nicht mehr wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig bin. In der Kampagne kann man sich da, äh, kriegt man da eben solche Zusatzpunkte und, äh, damit kann man solche Verbesserungen kaufen oder eine Zusatzmission oder so. Mal schauen. Also das war's mit dem und dann kommen wir zu unserem Boss. Willkommen zurück, Herr Kallon. Ja, nicht so dicht, mein Freund. Und die Einsatzbefehle nicht zu lassen. Glückwunsch. Gute Arbeit. Ich bin sicher, dass sich das britische Kriegskabinett in diesem Moment über ihre Erfolge unterhält. Nach unserem erfolgreichen Blitzkrieg durch Frankreich haben wir jetzt Zugang zu strategisch wichtigen Basen, von denen wir direkt in den Nordatlantik kommen. Das bedeutet, dass unsere U-Boote jetzt die britischen Nachschublinien angreifen können, die außerhalb der begrenzten Reichweite ihrer Eskorten liegen. Wir wollen diese Entwicklung ausnutzen und gruppieren unsere Boote an der Front um. Sie werden umgehend zur zweiten Flottille abkommandiert, die jetzt in Lorient liegt. Unsere laufenden Bemühungen gegen britische Geleitzüge treten in eine neue Phase ein. Denn wir haben nun genügend Boote, um zum ersten Mal auf die Rudeltaktik zu setzen. Wie von Vize-Admiral Dönitz vor dem Krieg beschrieben, können mehrere eng zusammenarbeitende U-Boote leichter Geleitzüge finden und deren Zerstörerschirm durchdringen. Außerdem wird im nächsten Monat die lang ersehnte Luftoffensive gegen Großbritannien gestartet. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Kameraden von der Luftwaffe nach besten Kräften unterstützen. Wir zählen auf Sie. Machen Sie uns keine Schande. Mit dem britischen Nachschub versenken Sie 200.000 Tonnen im Nordatlantik und dann nochmal Rüstungsgüter senken Sie 10 mit Kriegsmaterial beladene Schiffe, die nach England fahren. Ja, wir sind immer noch in Wilhelmshafen. Ich meine, das ist Wilhelmshafen. Was ist Wilhelmshafen? Ja, es ist Wilhelmshafen. Stationiert und deswegen mache ich jetzt erstmal mein britische Küstengewässer. Ähm, Moment. Bevor ich anfange. Wir haben den 20. Juni. Dafür habe ich bis zum ersten Januar noch anderen Platz zu sein. 1. März und 1. März. Okay, dann mache ich jetzt was. Perfekt. Dann frage ich doch, was nach dem Thema wieder auf Feinfahrt. Und, äh, somit sehen wir uns gleich auf dem Boot wieder. Ah, hier sind wir an Bord. Es sieht aus wie üblich. Da ist drauf am Horizont. Kurs 1, 6, 4. Und, ähm, in den später, in der Kampagne, können wir nämlich dann auch auf Paris und Lorient so zugreifen, weil dann werden wir nach Lorraine, Lorraine, Lorient, keine Ahnung, verliebt. Aber, momentan noch nicht. Wahrscheinlich sobald wir britischer Nachschub abgeschossen haben. Oder es ist mal wieder Zeit. Äh, also abtun. Aber mal schauen. So, wir fahren mit unserer coolen neuen Kampagne. Neuer Wegkommen. Kurs 1, 1, 9. Blauchen wir aus. Okay, die... Ich find... Naja, die pickup nicht ganz so gut aus wie hier, Alter. Ich find das schaut geil aus mit den Geschütz nach vorne, aber es wird Kraft es aus. Wäre zwar cooler, wäre er noch im 2. Achter, aber das wird leider nicht so gut. Auch solche Schlangen einfacher gefunden. Oder wenigstens mehr Munition oder mehr Staben. Aber mal schauen, ich hoffe da kriegst du irgendwas. Wird auch angeschnitten, dass ich mehr von außen zeigen soll. Hier, hier drauf. Ähm, das sind wir heute gleich mit der Außenkamera. Als erstes muss ich aber hier noch etwas verbreiten. Das gehe ich aber mal zurück. Nein, das war die falsche Taste. Wie kriegst du mit der B2 geht? Ähm, einmal, wir haben keine neuen Abzeichen. Allerdings können wir ein paar Förderungspunkte auszahlen. Wie gesagt, äh, L.I. und Verbundes für Sammelschiff wollen. Navigato, das können wir mal von allen einst vorbeibringen. Und Geizen treffen. Dann greift er komplett auf. Ja, ähm. Und dann kriegst du eben noch mal das Un-O-Z-Mann. Und dann kriegst du eben noch mal das Un-O-Z-Mann. Und dann kriegst du eben noch mal das Un-O-Z-Mann. Ja, dann guck ich mal nach außen wie gesagt. Wie gesagt, das kann ich jetzt aber irgendwo auch nicht. Wobei, dieses Spiel ist eigentlich immer gleich. Manche läuft es aus, versenkt Schiffe, fällt wieder zurück. Wir haben hier auch mal ein Zerstörer vor Anker liegen. Wie gesagt, Notzer liegen hier auch manchmal so fette Schlachtschiffe oder so. Aber, ähm, damit kann man noch nicht ganz klar. Ich habe überlegt, das Game als Mod, aber ich spiel lieber als Original. Ich spiel lieber als Original. Ich spiel lieber als Original. Auf jeden Fall. Ein Zerstörer, wie man hier sieht. Ähm, ja. Ein Boots-Zerstörer. Ansonsten waren ja immer nur Handelsschiffe. Es ist immerhin schon einer. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwann auch mal ein Kriegschiff gibt. Ach, über Boote kann ich auch nicht. Aber ich glaube, wie gesagt. Ja, ähm. Okay, wir haben wirklich nicht so viel. Also tauchen kann man nicht. Ja. Gibt nicht viel zu sagen. Allerdings, was ich mich frage. Der Boots-Zunk ist doch unten rot. Wieso sind Schiffe unten immer rot? Oben sind sie dann tarnfarbig, aber Unterwasser sind sie rot. Da ist doch nur eine Dinge-Watte. Ne, ist ja schon rot. Oder ist das Kraut? Keine Ahnung. Aber auch bei den Handelsschiffen? Was sind wir jetzt bei den Modernen hier? Ja, hier. Rumpf ist rot. Wieso? Wenn das einer weiß, kann er es mir ja schreiben. Er ist nur, dass man sieht, ist so. Beim Kriegszeit niemanden. Da sieht man das doch. Wobei es liegt halt... Es liegt zwar doch meistens unter Wasser. Aber... Wieso ist das... Der Rumpf ist so rot? Wenn Rumpf auftaucht, dass er sie sieht oder was? Dann macht auch keine Schiffe. Wenn man nicht auftaucht, schaue ich dann nicht nach oben. Dann gehe ich erst auf die Rottchen. Ja. Und schaue da noch ums mal. Da war ich gerade im Boden. Ähm... Ja. Musik mit... Musik unterlegen. Dövide? Ne, das warár Fyridis, auch im Dorf. Wie geht's ihm um diesen. Keine Ahnung, mir aber auch egal. Keiner Meinung bläМnt, moment.. Moment, ich freu mich nicht, mein Meci. Eskorte in Sicht. Bus, 3,6,6,7,8,8. Freuen mich dann schon auf dieCont grease und den C. Die, wie gesagt, nur ein Protektor-Team-Verlust-Fan, wenn ich zurückkehren kann. Schön. Aber wir sind zwar nicht nur nach den Kurzstrecken-Verlust, weil im D-Kundiabes nur noch auf dem D-Kundiabes nur noch auf dem D-Kundiabes. Ähm, äh, der, ja, Typ 9 konnte über den letzten Atlantiken wieder zurück. Wir können nur über den Heimat-Anschluss-Team-Verlust-Fan. Ja, wie gesagt, ich gehe unter Deck. Nicht, dass mir die D-Kundiabes passiert, dass ich wieder nicht ablaufen kann. Äh, na, nicht vielleicht. Okay, sehr freundlich. Äh, wie man schon sieht, uns gehört jetzt deutlich mehr. Uns gehört hier Norwegen, Schweden ist neutral. Polen, die Hälfte der Rest gehört den Russkien. Und noch sind die Sowjetunion neutral. Aber irgendwann rennt ihr auch raus. Ähm, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob, wenn man die Mission abgeschlossen hat, oder, ähm, äh, nach einer gewissen Zeit, ähm, haben wir dann Frankreich erobert. Und wir werden hier nach Lorient versetzt. Ich meine, das ist, wenn wir die hier abgeschlossen haben. Kann ich mir zumindest denken. Äh, und dann können wir quasi... Ähm, von hier aus, wie gesagt, direkt in den Atlantik rein und so, müssten wir hier außen rum. Puh, ja. Wir können uns ja mal die Weltkarte anschauen. Also, noch sind die USA nicht mit uns im Krieg. Erst, ähm, im September 1942 werden wir mit denen im Krieg sein. Sagen, nachdem Japan mit denen wir verbindet sind, die in Pearl Harbor, hier, äh, angegriffen haben, um die ganzen Schiffe zu vernichten. Ähm, er kriegt, erklärt USA, Japan den Krieg und wir sind verbindet mit Japan. Also, wir erklären mit dem auch den Krieg und dann wird hier noch mehr Rot sein und bla bla bla, dass auch nicht schon genug Rot wäre. Äh, dann kommt noch die Sowjetunion dazu. Ja, das Blau wäre zwar ganz gut, aber wenn das Rot ist, dann haben wir so gut schon verloren. Und wie gesagt, wir werden ja verlieren. Ja, hier brauchen wir nicht ganz so einen großen Lenker machen. Äh, schauen wir mal nach außen. Dann will den Schafen noch mal beißen sein. Ich weiß, ihr wollt, dass ich, äh, mehr von außen machen soll, aber wie gesagt, da... Ja, die sind halt auch nicht nur Rot auf den Wasserbärdungen auf der Karte und da hat man so ein bisschen so, wo man... ... die Möwen abschließt immer, weil es noch gar nicht. Ja, ähm... Wie gesagt, die... ... diese Information, die Tarnung, die... also die Camouflage, die man bei Uplay kaufen kann. Weil es halt kaufen, freischalten kann eigentlich, yeah, also man muss dafür kein Geld sein. Nur diese U-Points oder was auch immer das sind. Die kriegt man eben, wenn man das Spiel spielt. Spielt. Ähm... Die sind nur in der Mission zu sehen. Also, ab der Mission, glaube ich, in den Missionen davor kann man nichts sehen. Sure. Ich würde irgendwie gerne... ... verlegt werden. Ich will weg von Wilmshaven. Entweder Frankreich, oder... Äh, Masse... Moment mal. Ich hätte da mal eine Frage. Blau sind ja, wie gesagt, verbündete Stützpunkte, aber... ... im tiefsten Frankreich, in Marseillais... ... und... ... da werden wir niemals sein. Äh, mit Deutschland... ... mit mir... ... wir meine ich jetzt Deutschland. Ich meine, hier wird dann irgendwo die Grenze rumlaufen. Und der Süden wird ja... äh... neutral dann sein. Na ja... ... weiß ich nicht. Ich schippe jetzt hier weg. Leider wird mir dann lange aber doch zuvor nicht. Wimmelt mich. Kriegsschiff. ... ich verbündete das. Wetter anscheinend... ... Patronium, die Insel. Ah, jetzt lag... ... nicht so cool. Mach die Reise-Ding rein. Wie gesagt, solange wir reisen... ... das ist ja kein Problem. Wie genügend was. Tiefe und Tequila beträgt... ... 17 Meter, Herr Kalonin. Hier ist so ne... ... so ne Sandbank, die ich eingezeichnet habe. Bin ja schon mal ausgelaufen. Vergessen hab wieder aufzutauchen. Vielleicht erinnern sich da... ... manche... ... davon zu früher. Also da hätten sie noch ein bisschen mehr einzeichnen können. So. Die Fahrt, da geh ich jetzt nicht in der Außen-Board-Kamera. Da wär kein Mensch, sie... ... oder... ... ich hab mir auch mal überlegt, dass ich irgendwie mal... ... hier hoch in den Skagarat fahren... ... und so tief tauch mache. Wie tief kann ich? Das dann auch so aus und so. Mal schauen... ... das dann mit meinem Fun-Account machen... ... oder mit meinem Fun-Spielstand. Aber das werdet ihr sehen... ... wenn ich so ein Video hochladen. Bis dahin müsst ihr euch mit dem langweiligen... ... normalen Let's Play... ... zufrieden geben. So... ... dann nehmen wir jetzt mal das heile Mensch... ... mal hier raus... ... ähm... ... drosseln unsere Geschwindigkeit... ... auf 2... ... könnt ihr ja da bei... ... außen schauen... ... naja... ... was auch cool ist... ... wenn... ... richtig stürmische See ist... ... in unserem Boot... ... taucht dann immer so halb ab... ... ist auch das cool... ... er sieht gut aus... ... hier ist nur ein bisschen rauer... ... aber es ist normal für den Hund... ... für die Atlante... ... 5 Meter hohe Wellen... ... dachte ich... ... dann schon... ... ja... ... ich irgendwann auch mach... ... wenn man das mit einem Nacht... ... oder so... ... aber tief ist es hier auch nicht... ... du... ... was... ... geht... ... die höchstens 50 Meter... ... weil das hier auch testen... ... Moment... ... Tiefe unter Kiel beträgt... ... 1... 0... ... 5... ... 100 5 Meter sind das... ... ach du Scheiße... ... das macht gar nichts... ... ich hab keine 100 Meter... ... bearscht du mich oder was... ... das sind halt 70... ... naja... ... nicht so wichtig... ... ach ja... ... Schiffe... ... wo seid ihr... ... ich hab hier... ... wie du sagst hier... ... in den Segen... ... wobei das doch ein bisschen... ... hochgefasst... ... müssen wir machen... ... mal ein bisschen... ... mehr... ... gemakieren... ... wie das da... ... ja... ... gut... ... dann... ... dann... ... machen wir mal weiter... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... ist egal... ... ähm... ... ich... ... sollte nicht so viel Scheiße machen... ... 13 Knoten... ... das Ding zum... ... hier... ... wie gesagt hier... ... äh... ... bleib ich in der Karte... ... weil... ... so kann ich's... ... ja... ... besser aus dem... ... nahe... ... genau so was hier... ... neuer Kontakt... ... Frachter... ... mit langsamer Fahrt... ... näher kommen... ... Baby... ... 3... ... 4... ... 9... ... im großer Entfernung... ... Baby... ... wenn da ist kein Kriegsschiff... ... dabei ist... ... dann ist das... ... meine Chance... ... ok... ... wahrscheinlich reichen meine... ... Torpedos mal wieder... ... nur für 50.000... ... aber... ... leck... ... mich... ... fett... ... am Arsch... ... 25 Kilometer sind wir noch entfernt... ... äußerste Fahrt voraus... ... ich bin mit dem... ... Funken und so noch nicht... ... so vertraut... ... und der hat irgendwas... ... im Rübeln gesagt... ... wir brauchen... ... 1... 2... ... nix halten... ... und 2 Stunden lang... ... Funkstille... ... ja ok... ... äh... ... Fühlungs... ... die wurde aufgekauft... ... das ist... ... angebreitet... ... ne... ... ja... ... ... ok... ... dann... ... melden... ... ne... ... ein Geleitzug in Sicht... ... ich hab meine... ... neuer Kontakt... ... Frachter... ... mit langsamer Fahrt... ... näher kommend... ... in... ... 10... ... in großer Entfernung... ... Baby... ... ähm... ... ich will mal hier was funken... ... die Jungs... ... so... ... hab ich jetzt... ... was soll ich jetzt machen... ... die beiden sind... ... 10 Kilometer... ... neuer Wegpunkt... ... äh... ... ähm... ... Kriegschiffe werden blau... ... wir haben hier nur rot... ... ich weiß aber nicht... ... ihr habt das jetzt gemeldet... ... neuer Kontakt... ... Frachter... ... mit langsamer Fahrt... ... näher kommend... ... in... 3... ... 4... ... 9... ... in großer Entfernung... ... am Arsch... ... alles Handelsschiffe... ... kein einziger... ... Kriegschiff... ... kein einziges... ... Kriegschiffkontakt... ... das ist wie Weihnachten... ... äh... ... wir kriegt aber noch nichts... ... ne... ... zurück... ... ach ja... ... ich weiß nicht... ... ähm... ... ich will auf jeden Fall... ... erst mal unerkannt bleiben... ... die... ... sind... ... sind wir schon da... ... ja... ... komm schon... ... Antwort... ... Ross... ... was denn hier... ... Kriegschiffkontakt... ... ne... ... sagen wir... ... das ist... ... das ist... ... Feuer ist nicht... ... Moment... ... Kurs... ... 3... ... 5... ... 7... ... ne... ... was soll ich machen... ... was soll ich machen... ... ... Antwort warten... ... ich geh mal auf... ... Sie... ... Sie... ... dass Sie mich hier gleich sehen... ... 6 Kilometer... ... Sie... ... was soll ich machen... ... verdammt... ... jetzt hab ich so ein fettes Ding... ... weil es ja nicht mal... ... 6 oder 7 von dem versenken kann... ... ich hab ihn schon gemeldet... ... und... ... wir haben einen... ... Kampfverband gesichtet... ... Kurs... ... Null... ... kein Kampfverband... ... das sind alles... ... Puh... ... ne... ... sind alles nur Handelsschiffe... ... so... ... wir sind jetzt getaucht... ... und... ... immer noch nichts gekriegt... ... ich schau mal von außen... ... den Kampfverband an... ... auf E-Maschinen umschalten... ... meine Freunde... ... Tiefe beträgt... ... 1... ... 0... ... Meter... ... wenn das mal kein... ... fetter... ... Verband ist... ... und zwar ein... ... richtig... ... fetter... ... Handelsverband... ... Herr... ... Herr...